Ich habe fast eine eigene Sprache erlernen, um das wirklich verstehen zu können. Mir ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger, weil sie uns alle geht, letztlich auch irgendwie eine Idee haben, was dort passiert und dass man das nachvollziehen kann und auch mitverfolgen kann. Deswegen hoffe ich auch, dass die heutige Veranstaltung ein Beitrag ist, damit sie alle auch dazu beitragen können, für Klimakonferenzen zu werben. Denn was ich manchmal in Klimakonferenzen kritisieren, dass dort zu wenig rauskommt, und für uns Grüne kommt ganz sicher zu wenig heraus, aber es ist der einzige Prozess, den wir haben und ich halte ihn für dringend notwendig.